so und damit hallo leute was geht jetzt hier kommt zu einem wieder auf fahren crisis 3 schön dass ihr wenn ihr dabei seid und Bock drauf habt ja wir sind in so einer riesigen kuppel die über new york gestill wurde mehr oder weniger von cell und sind ja mit zeichen hier lang gelaufen und haben im letzten video den turm da platz gemacht war ihm so ist die pise mit seiner alien knarre so da ist ein minenfeld da komme ich doch jetzt muss ich mir zeigen wo treffen irgendwo dahinten sind ziemlich effektiv probiere sie mal in dem see dort aus zu spät Hm? Du hast ihn abgeholt. Mein Gott, jetzt behalt doch die Knarre jetzt hier. Das war der. Waffe. Aufpassen Prophet. Zellverstärkung verletzt. Das wird aktiviert. Was ist denn los? ja sie lebt noch ich bin die granate danke da hast du sogar recht da hast du sogar richtig recht und Und? Was geht Profit? Ach, was geht Profit? Psycho. Nicht Profit. Profit bin ich. Na nüt? Soll ich jetzt zeigen. Warte! Ich bin gleich da! Ja, du musst leider so ne Kacke nutzen. Ich hab nen coolen Nanosug. Gibt's da eigentlich auch so sammelbares Gedänts? So wie im zweiten Teil? Weiß das schon gar nicht mehr. Glaub nicht, wa? Weißt du, es ist wichtig. Es gab ne Menge Rede über dich und den Anzug. Alien-Modifikation. Eine Vision. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Mastings, tu denn. Ich bin hier, oder? Okay. Leise jetzt. Wir nähern uns einigen Cell-Patrouillen. Du bist ja, der sich nicht unsichtbar machen kann. Schhhh. 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 Where is it dude? Ich bin kaum vor. Wacke reden. Wacke reden. Wir müssen aus nur. Was ist gut? Das war ein Feierabend noch, aber ich sehe auch keine Soh. Verdammt! Das war ein Feierabend, aber das war ein Feierabend. Das war ein Feierabend. Das war ein Feierabend. Das war ein Feierabend. Der lebt noch? Nein! Mann am Boden! Mann am Boden! Ich sicher nicht. Wir müssen ihn auftreiben, gehen wir! Oh Mist! Insider-Job. Hm, muss ich mir noch nicht mal wirklich ansteigen. Danke Geschütz, hast mir gute Dienste geleitet. Bist du Fritten? Ich brauche ein paar Pfeile, Alter! Wie krieg ich denn Pfeile? Einer! Overwatch, Prophet ist hier, alle sind tot! Ich brauche Unterstützung, schnell! Ja, wo ist der Heino denn? Geiler, wenn man das hat, ein bisschen so ausschalten könnte, aber das kannst du nicht. Zumindest nicht im Spiel, muss ich mal gucken, wenn ich im Hauptmilieu bin. Ich sichere dich, Prophet! Ist doch schon alles gesichert. Ach, das ist er! Jet City hat uns gehört! Natürlich! Was zum Teufel ist hier passiert? Check ihre Blackboxes! Finde raus, wie sie starben! Ich gehe nach oben und schaue mich mal um! Vielleicht ja ihre Blackbox checken. Doch, wo wieder ein paar Aliens, wa? Scheiße, Feuer! Feuer! Aufschwärm! Raus ist im Gras! Steh! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße! Ganz ruhig! icios are! Oh Gott! Engel! Another one! Now you can hit me! ... Where is the? Das ist doch komisch, Allianz. mein Gott Saigo, ich habe gesehen, was uns angegriffen hat. Ja, ich weiß. Stalker. Erzähl mir was Neues. So war das nicht geplant. Ich dachte, die sind alle platt. Die Safe, die ich kenne, sind unkoordiniert, brutal und strategielos. Wie gesagt, nur noch ein paar wenige und die sind nur rausgekommen, weil wir den Turm zerstört haben. Möglich. Sie verhalten sich wie Tiere, nicht wie eine Schwarmintelligenz. Wo ist der Alpha, Seth? Vergiss ihn. Ich bin zwischen Stalkern und Cell eingekeilt. Komm durch den Lockschuppen zu mir rauf. Kann ich da eigentlich Hecken finden oder so ein? Sollte ich vielleicht erst Hecken, dann drauf schießen. Nanovision aktiviert. Geht sogar. Jetzt ist ich failblockiert. Boom! In dein Gesicht, Tür. Ich glaube, hier habe ich noch keine einzige Granate geworfen. Kräftische Gefahr. Xenosef Präsenz im Bereich der Fettstation. Xenosef? Was ist ein Xenosef? Hitman Actual. Wir Hitman 4-6 sind jetzt bei Delta 2-0-Break. Irgendwelche Updates zu Feindbewegung. Over. Scheinfahrtabdates. Mega T-Fettman. Situation ist unverändert. Was zur Hölle hinter? Ein Pfeil. Okay. Stopp. Ist Up. Ist das jetzt? Did sie machen? schießt er sagt schießt er auf mich mann da bist du denn ja eigentlich nicht aber vielleicht doch riesige alle hier war ja 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 Okay. Boah, wollt ihr mich denn jetzt auf den Sack gehen? Zu viele Leute hier oben auch noch irgendwo stehen alter der grad safe durch die ich auch gar nicht Da warten die Schütze da oben. 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 Okay. Die Schütze da oben. Die Schütze da oben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, halt! Was ist das? 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 Was ist das?